Ich habe ja auch viele Gottesdienste gehalten und nachher auch als Präses war ich ja immer wieder auch gefordert, Situationen umzusetzen. Und da muss ich sagen, Martin Luther King gehörte zu denen für mich, wo ich immer mal wieder gesagt habe, muss man nochmal nachgucken, was hat er dazu gesagt, das war so schön, kannst du mal wieder was zitieren von ihm. Und ich habe das auch öfter gemacht. Er gehört wirklich für mich zu den leitenden Personen meines Lebens. Ich habe also zum Beispiel aufgeschrieben, was ich heute anders schreiben würde. Ich habe ja ein Kapitel drin, Tätige Liebe, wo ich auch so ein bisschen geschrieben habe, auch kritische Punkte, die aufgenommen wurden. Und damals war ein Punkt, der ihm immer wieder auch hier in kirchlichen Kreisen gesagt wurde, er vermischt die Religionen. Also das sagt man heute kaum, aber damals hieß es Synkretismus. Der Synkretismus ist eine Gefahr, dass man nicht nur das Christliche betont, sondern mal noch einen buddhistischen Gedanken aufnimmt oder vom Judentum, vom Hinduismus. Und da gibt es auch ein Zitat aus seiner Nobelpreisrede, wo er ganz viele Dinge aneinander reiht. Christlich, buddhistisch, hinduistisch, jüdisch ist unsere Aufgabe. Und da habe ich damals, als ich das geschrieben habe, auch gedacht, ist das nicht etwas gefährlich, dass man nachher nicht mehr richtig weiß, wo ist die Mitte. Und jetzt habe ich das alles nochmal nachgelesen in den letzten Tagen und habe gedacht, du warst damals auch eng. Du hattest auch Angst, dass das Christliche irgendwo untergeht, nicht, aber vielleicht nicht mehr so kommt. Und das ist doch heute eine Aufgabe, die wir ganz neu gelernt haben. Kirche ist nicht nur in kirchlichen Räumen, sondern Kirche ist in aller Welt, vor allen Dingen auch außerhalb der Kirchenmauern. Und wir müssen, wie Küng gesagt hat, Weltethos leben, indem wir die Religionen miteinander leben und die Kostbarkeiten heraussuchen und betonen. Das habe ich damals als junge Frau so noch nicht gesehen. Fehlten mir auch Beispiele. Das war in meinem, ja, wir waren ja hier sehr eingeengt. Und da hatte ich auch vieles noch nicht gelesen aus anderen Religionen, muss ich also wirklich sagen, hatte ich nicht so eine Ahnung. Und das, finde ich, ist heute eine ganz große Aufgabe, die wir von ihm nochmal lernen können. Und das, finde ich, ist heute eine Ahnung. Und das, finde ich, ist heute eine Ahnung.